so liebe freunde von festspielen.de mein name ist johannes von festspielen und heute gibt es den zweiten teil von unserem let's play meet for speed world ja im letzten video habe ich ja krass gefällt am ende das wird sich hoffentlich nicht wiederholen und wir haben unseren charakteren hier festspielen level 2 und wir werden mal wieder in die world intern und schauen welches rennen wir diesmal starten letztes mal was er nicht so grandios was ich da mir produktiert habe aber mal gucken aha also wir sehen schon mal die mobile werbung da oben es darf natürlich nicht fehlen dann das wetter hat sich ein bisschen geändert gestern war ja sehr schönes wetter heute ist es eher bewölkt so und wir waren jetzt erstmal hier mal ein taxi darf man auch nicht unterschätzen wobei taxis immer so die schlechtesten sind oder da kann man auch mal schön gegen die wand einfach mal wieder ein drag race da joinen wir jetzt einfach mal level 7 11 und 5 fängt wieder toll an diesmal weiß ich aber um die mann schaltet schon mal gut gegen adam 8 700 rotzek potzik und in bv 4 2 9 9 können wir schauen mal hoffentlich klappt diesmal besser ich hoffe doch stark prozenten jetzt geht's los wünsche mir glück so der vorne ist wahrscheinlich schon hier level 11 oder was ballert hier erstmal durch die lande den werde ich wahrscheinlich so nicht einholen aber ich werde zweiter in einem drag race finde ich sehr gut Nummer 2 in der Adam 8 8 700 der Adam war nur level 7 ok sehr schön sehr schön das gefällt mir doch wieder ein paar Rewards Reputation ist ganz ok jetzt haben wir wieder schön viel cash oh select the cars was nehmen wir diesmal diese karte und natürlich der vor Ort mal wieder ja hat mir Spaß gemacht war cool auf jeden Fall man kann hier natürlich auch so versteckte Sachen einsammeln diese Jams wo da unten stehen kann man auch mal schön vom Gas gehen hier ist eher so die so die Chinese Ecke das bespielen es ändert mich doch sehr alles an Need for Speed Underground den ersten Teil auf dem Level Design her war auch sehr abwechslungsreich und ja ich suche mal wieder nach ein paar Events ein Sprint ja sehr schön da fahren wir doch mal einen kleinen Sprint hier auch wieder mit den gleichen also Adam ist dabei auf jeden Fall Esgide und Garry ja das finde ich auch gut dass es verschiedene Rennsorten gibt Tipps und Hins ein paar Power-Ups Power-Ups ist auch cool bringt ein bisschen mehr Arcade Stimmung rein und auch mehr Abwechslung also das Drag Racing war echt geil gerade muss ich sagen also hat mir super gut gefallen wenn man es denn drauf hat nicht so wie ich gestern oh jetzt ladet es aber ja dann nehme ich mal einen Schluck aus der Pulle ja dann kann ich mir die Tipps nochmal durchlesen Ranger Power-Ups ist einfach für specific areas of the game such to race pursuits etc ok also anscheinend sind die Power-Ups hier speziell für was ja für spezielle Rennen konzipiert die man dann einsetzen kann ah jetzt müsste es eigentlich losgehen oder auch nicht Tipps und Hins Controls ah jetzt geht es los und los geht es ich habe ja gesagt die Taktik sind einfach scheiße ja ja fürchterlich einfach nur fürchterlich ja echt im Moment von 3 bin ich dritter natürlich super geil nicht ah wir schlagen es ganz gut ja 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 so und ab dafür ja ein bisschen Nitro und da bin ich zwei da ganz stark ja ganz stark Slingshot ja da kann ich wahrscheinlich mich an einen dranhecken ich kann mich dann zu vorbeischlendern ja wird halt auch mehr bringen ne würde ich einen Gegner haben den ich einsetzen kann habe ich jetzt leider nicht ist aber auch nicht so gravierend jetzt aber freut mich zumindest dass jetzt mehr Traffic hier auf den Straßen ist aber es wirkt ziemlich wendiger ist auch mehr Challenging Geschichte da vorne und ich kann natürlich jetzt auch nochmal mein schönes Tor einsetzen aber da warte ich lieber ab auf eine schöne gerade Strecke das ist jetzt wieder dumm hängen bleibt das ist jetzt wieder dumm hängen bleibt irgendwie das ist jetzt wieder dumm hängen bleibt hier wäre zum Beispiel ein guter Moment und zack wobei was jemand mal Baumfeld arbeiten hat einfach nicht anrufen ich komme dann mit meinem schönen grünen Auto und äh holz alles wieder so ich kann mich ja auch Recover da war jetzt eine Abkürzung habe ich natürlich nicht gesehen schade wobei ich glaube ich den ersten eh nicht kriege oh der dritte ist schon ausgeschieden ja das heißt ich kann manchmal jetzt wahrscheinlich nur noch Zweiter werden ist aber auch nicht so schlimm also ich werde mir ja auch gleich mal ein neues Auto kaufen ich habe ja jetzt einen Haufen Kohle werde ich erstmal dafür einsetzen um ein neues Auto zu kaufen ja so ich habe hier wieder einen schönen Nito da geht's ab ja und die kleine Zahl zeigt dann an wie viele von diesen Power Apps ich noch einsetzen kann das Event endet in 55 Sekunden ich bin so schnell wie möglich unterwegs mal schauen ob ich es noch ins Ziel schaffe oh hier wäre ein guter ah da ist es ja schon zack ok ja zweiter auch wie man sieht die Strecken sind recht lang das freut mich da kann man schön gucken was so geht Next wieder ein bisschen für Reputation gesäugt und fast 5000 Cash da werden wir uns gleich mal ein schönes Auto kaufen und diesmal Bushido License Plate ok was soll immer es sein sollen ich werde gleich mal gucken Your Driver Profile Social Options wo was geht hier kann ich jetzt direkt was starten oder warum das sind jetzt hier auch nicht ich würde mal gerne gucken Chins Driver Profile hier kann ich mir also mein Auto angucken schon mal schön in die Garage Jump to safe house ja dann machen wir das einfach mal ich würde mir echt gerne ein neues Auto ja ist ok prepare my car so change car jetzt gucken wir mal was es denn noch so alles gibt ok ok Lukas mit den Bekannten zu kommen ich bin auskaufen was ich habe hier rein 80.000 Stahl ich würde mir das mal gehen muss auch ja irgendwie hat jetzt nicht so geklappt ja dann gucken wir einfach mal weiter hier kann ich jetzt auch nicht kaufen hat er nicht customisation da können wir doch jetzt ein bisschen der skill workshop was geht es hier skill mods customization aha also ich kann meinen autos quasi fähigkeiten beibringt damit es halt schneller ist oder damit ich ein paar cops dominieren kann wenn ich verfolgung spiele ist nicht cool also hier kann ich mal rauszuholen aber hier kann ich drehen wenn ich rechtsklick machen kann ich ein bisschen drehen und mit dem ausrad kann ich normalen collision force in christophie kamen komischen zu haben ja das ist schon gut nur die power-ups ja ist immer gut die power-ups wo wir immer mal brauchen track install port cop brother detects all cops das ist auch schon mal gut das kann man auch mal so auch hier gibt es schon mal mehr gear ratio enhancement increase good in perfect shift ranges ja das ist auch immer sehr sehr gut auch hier gibt es wieder ganz ganz viel ja wie in einem echten mmo kann mir sein sein auto in krisen das ist ja also ein ziemlich noch ich muss mal die london schrubt und seien von momenten schenzen ist jetzt sie es mehr Geld aber mich kostet man sich schon Market Shop, was geht hier? Vielleicht kann ich nicht mehr dann so was cooles kaufen wie neuen Motor oder so. Oh, Buddy Kids. Und es gibt sogar Unsale. Das ist natürlich sehr fresh. Dann guck mal, das ist das hier. Der Tensor. Was sieht er denn da? Nicht schlecht, nicht schlecht. Buddy Kids. So, okay. Also man hat echt eine unfassbare Auswahl, was man hier alles nehmen kann. Ja, das ist der Flow. Ja, das nehme ich schon mal. Das geil aus. Bein ist. Guck mal, was ist das? Nee, das ist schlecht. Was kann der? Ist ja und sei. Da kann man das... Das hier sieht man fett aus. Kann man auch hier. You need a boost is used to me, ja. Get speed boosted out. Was haben wir noch? Wheels. Kommt uns schöne Felgen hier reinballern. Der hier für 400. Mal gucken, wie es aussieht. Uh, fresh, fresh, fresh. Ich freue mich, dass ich alles immer diesen Speedbooster habe. Ja, das ist echt krass hier. So, dann gucken wir mal weiter, was gibt es denn noch? Neon. Boah, Untergrundbeleuchtung, geil. Das natürlich ein grünes ist, nämlich natürlich grüne Untergrundbeleuchtung. Und das kann man ein wenig drauf gemacht haben.